Ernst Karl Ferdinand von Pritwitz und Gafron war preußisch Generalleutnant und Rechtsritter des Johanniterordens. Leben, Herkunft, er entstammte dem alten, weit verzweigten schlesischen Adelsgeschlecht von Pritwitz und war der Sohn des preußischen Generals der Infanterie- und Festungsbaudirektors. Moritz Karl Ernst von Pritwitz und dessen Ehefrau Domizilie, geborene von Kolbe, Militärkarriere Pritwitz trat 1851 in die Garde Artillerie in Berlin ein, wurde 1853 Sekondärleutnant und 1861 Premierleutnant. Im Deutsch-Dänischen Krieg 1864 in Schleswig-Holstein wurde er abkommandiert zu General Helmut Graf von Moltke, dem Chef des Generalstabs der Armee. Hier war er am 19. Juli 1864 in Wüge auf Föhr an der Gefangennahme des Kapitänleutnant Soto Christian Hammer, Befehlshaber der Dänischen Marineeinheiten auf den nordfriesischen Inseln und am 29. Juni 1864 beim Übergang zur Insel Alsen beteiligt, wo die endgültige Entscheidung herbeigeführt wurde. Im Jahr 1865 mit 32 Jahren zum Hauptmann befördert, kommandierte er seit 1867 eine Batterie der Garde Artillerie in Berlin. Bei Ausbruch des Krieges gegen Österreich 1866 war er Kommandeur einer reitenden Garde Batterie, als der er am Feldzug in Böhmen teilnahm. Diese Batterie wurde dem neu formierten Hannoverischen Feldartillerieregiment Nummer 10 zugeteilt. Prittwitz wurde deshalb im Herbst 1866 nach Hannover versetzt, kam aber schon nach einem Dreiviertel eines Jahres wieder zur Garde zurück. Nach Kriegsende machte Prittwitz mehrere Auslandsreisen etwa nach England, Frankreich, Spanien und Italien und ging 1869 als militärischer Begleiter des Kronprinzen Friedrich nach Rumänien und bereiste mit ihm von dort einen Teil des Aujenz. Im Krieg gegen Frankreich 1871 nahm Prittwitz an den Schlachten von Greyflotte Sedan. Hier wurde er durch eine Granate verwundet und der Eroberung von Montméditail. Seine Batterie erreichte die Höhe von Sankt Privat als Erster und bekämpfte die Franzosen erfolgreich. 1872 wurde er zum Major, 1883 Oberst und 1886 zum Kommandeur der 7. Feldartilleriebrigade ernannt. Seit 1888 Generalmajor wurde Prittwitz 1890 in den Ruhestand versetzt. Familie Er heiratete am 26. November 1885 auf Schloss Malberg bei Kippenheim Franziska Freien von Türkheim zu Altdorf. Die Tochter des großherzoglich-badischen Kammerherrn, wirklichen Geheimratsgesandten und Gutsbesitzers Hans Freiherr von Türkheim zu Altdorf. Herr auf Altdorf und Orschweier und der Finifreien von Hardenberg. Ehrungen und Orden Roter Adler Orden e.V. Klasse mit Schwertern Preußischer Kronen Orden e.V. Klasse mit Schwertern Ritwitz erhielt auch mehrere Orden nicht-preußischer Herrscherhäuser und wurde 1864 Ehrenbürger der Stadt Wüg auf Föhr.